Willkommen in meiner weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team und hier zeichne ich jetzt zum zweiten Mal die Folge 193 auf, liegt leider daran, dass die Aufzeichnung im Eimer ist, gab da einfach Probleme, es gab Rücklau und Hänger und so weiter, man kann sich das leider nicht ansehen. Ich habe das Spiel auch verloren 0-1 und da ich jetzt weiß, dass es bestimmt so ein paar Experten gibt, die sagen, ja Tess, zeigst doch jetzt nur die Folge nicht, weil du verloren hast, werde ich jetzt einfach mal hier kurz einen Ausschnitt zeigen, wie es aussah, dann seht ihr auch, dass ich das einfach nicht zeigen kann. Und jetzt zeichne ich dann einfach nochmal ein weiteres Spiel mit Rekordbreaker Close auf, das letzte Mal hatte ich dann erklärt, dass ich ihn jetzt zurückgebe, ist jetzt nicht der Fall, dadurch, dass ich jetzt nochmal 100 Folge 193 nochmal neu aufzeichne, spielen wir jetzt nochmal ein Spiel mit dem Team, danach wird es hoffentlich, wenn die Aufzeichnung nicht kaputt ist, dann auch Close zurückgegeben, also ich möchte ihn nicht gerne zurückgeben, aber zumindest hoffe ich, dass die Aufzeichnung nicht kaputt ist und ich denke, wir können auch einfach direkt losstarten, wie gesagt, erstes Spiel leider verloren, war mal wieder so, dass der gegnerische Torhüter ein paar gute Paraden hatte, aber auch die Abschlüsse ein bisschen ungenau waren und dann, glaube ich, hat der Gegner zwei Schüsse aufs Tor gemacht und davon war einer drin und das war ein richtig hässliches Tor, muss ich mal ganz ehrlich so sagen, weil es war ein langer Ball, mein Torhüter klärt den Ball und spielt meinen eigenen Verteidiger an und Samuel Eto'o vom Gegner kann dann ins leere Tor reinschießen. Ich hätte den Schuss noch sogar fast blocken können, ist nicht gelungen und damit hat er dann, damit das Spiel 1-0 gewonnen und ich hatte echt gute Chancen, teilweise zum Beispiel auch ein 1 gegen 1 mit Neymar gegen den Torhüter und Deunhoch hat es nicht gereicht, ein Tor zu schießen, war ein bisschen frustrierend, mal sehen, ob es jetzt hier in diesem letzten Spiel besser wird. Ich drehe mich ab und zu nochmal so ein bisschen, um auf den PC zu schauen, ich kann nämlich in der Vorschau erkennen, ob die Aufzeichnung wieder so anfängt zu ruckeln, jetzt ist der Gegner auch soweit. Komm, Alter, ist das dein Ernst? Darüber kann ich mich nur aufregen. Ich habe ein dunkles Trikot und er wechselt auch zu einem dunklen Trikot und sagt, ja, lass spielen. Was ist denn da bei ihm verkehrt? So, neuer Versuch. Geht doch, war doch ganz einfach. Dunkles Trikot, helles Trikot, lass gegeneinander spielen. Funktioniert dann auch. Ich glaube, das ist ein Dortmund-Fan, aber er hat auch ziemlich viele Bayern-Spieler. Also so der überzeugteste Dortmund-Fan kann er nicht sein, aber ich finde das ehrlich gesagt nicht schlecht, wenn ein Dortmund-Fan sagt, hier, hey, Bayern hat auch gute Spieler. Wie zum Beispiel Mario Götze, der vorher bei Dortmund gespielt hat und ich setze die trotzdem ein. Ich finde immer so ein gesundes Fan-Verhältnis, finde ich eigentlich auch immer ganz vernünftig, ohne dass man jetzt sagt, oh, Blut und Hass und was weiß ich alles gegenüber dem anderen Verein. Respekt kann man sich durchaus trotzdem entgegenbringen. Werden mir jetzt wahrscheinlich einige Fans widersprechen, aber das ist so meine Ansicht. Ich finde das cool, wenn man irgendwo auch die Leistung von den anderen respektiert. Und das ist ja irgendwo auch hier so ein bisschen der Fall, wenn man viele Spieler vom anderen Verein spielt. Ich weiß ja auch ehrlich gesagt gar nicht, ob er so ein krasser Dortmund-Fan ist. Nur er hat halt Dortmund-Wappen, Dortmund-Trikots und sein Verein heißt Ruhrpott. Von daher ist es irgendwo naheliegend. So, schöner wieder. Drag-Back to, nee, Ball-Rod to Drag-Back. Manchmal scheitere ich schon alleine. Nicht bei der Ausführung des Skills, sondern am Namen. Ist auch cool. Gucken wir vielleicht lang auf Grandreva. Oh, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt in die kurze Ecke. Und da ist das 1 zu 0. Den Pass hat er so ein bisschen unterschätzt. Einfach, ganz einfach durchgechippt hier. Und Grandreva kommt da gut ran gelaufen und platziert den. Ja, gar nicht so platziert, aber Weidenfeller, nee, Neuer hat er am Tor. Kommt da irgendwie nicht richtig ran. Und jetzt spielt er den Anstoß-Trick nicht. Sah so aus. Und Weidenfeller war noch, nee, Neuer, Neuer war dran. Zum zweiten Mal jetzt die Korrektur. Neuer war dran, konnte ihn aber nicht entscheidend ablenken und er geht trotzdem rein. Und eben habe ich mal wieder so ein Ballwatch und Trackback gesagt. Ich habe das das letzte Mal auch zu Beginn der Folge erklärt. Ich konnte jetzt auf das Feedback, was ich das letzte Mal quasi, ja, eingeholt habe von euch oder aufgefordert habe, dass das kommen soll, noch nicht berücksichtigen können. Dadurch, dass ich jetzt natürlich den Klose zurückgeben muss, zeichne ich jetzt einfach schon noch schnell die nächste Folge auf. In dem Fall ist es jetzt sogar die zweite nächste Folge. Und dadurch habe ich jetzt noch nicht gesehen, was ihr davon haltet, wenn ich mal so ab und zu Skillmuffs einbaue. Der Gegner zieht total viel drauf. Ich kann das jetzt alles blocken. Hummels wird abgeblockt. Mal hier schön in die Mitte ziehen. Ah, wie schlecht von mir danach in die Mitte gezogen, äh, aufs Tor gezogen. Oh oh, jetzt kommt ja auch der Steilpass hier durch auf Gündogan. Ich kann ihn aber klären, Gündogan war da auch deutlich mit der Hand dran, aber würde online nicht gepfiffen, das Handspiel. Ist so, ist eine Einstellung. Finde ich aber auch ganz gut so. Ansonsten gibt es super viele Freistürze und Elfmeter, die man einfach nicht beeinflussen kann. Das ist echt so das Frustrierende daran. So, sollten uns wieder ein bisschen konzentrieren. Sehr, sehr viele Abschlüsse vom Gegner eben auch sehr gefährlich mit dem Steilpass. Oh, schöner Steilpass hier auch. Jetzt muss ich da reinkommen, ne. Boah, Müller mit einem starken Kopfball an die Unterkante der Latte. Und damit glücklich immer noch die Null bei mir stehend. Das hätte auch gut ein Tor sein können. Uiuiuiuiui. Boah, ich sollte den Ball Road to Drag Pack nicht in der eigenen Hälfte machen. Das ist so eine Faustregel generell, die ich mal irgendwann hatte. Keine Skill Moves in der eigenen Hälfte, weil hier kann man häufig den Ballverlust nicht kompensieren. Oder einfach sicherstellen, dass dann dadurch nichts passiert. Boah, die Übersteiger in den Gegner hinein, das ist kacke. Komm auf Neymar. Oh, geblockt von Gündogan. Den dürfte ich bekommen. Jo. Gündogan setzt direkt nach. Und dann ein etwas unspektakulärer Pass in die Spitze. Hier werfe ich jetzt mal nicht ab mit dem Benaglio. Der hat nämlich so kurze Abwürfe, die stören mich. Schöner Ball eigentlich auf Klose. Also mal ganz ehrlich, die Ballkontrolle ist auch nicht so überragend. Das ist 99 und er braucht so lange, um so einen Ball zu kontrollieren. Komm jetzt weiter auf Klose. Gegner abschütteln. Ne, gelingt nicht. Ich wollte jetzt einfach nochmal demonstrieren, dass man dieses Game Moves nicht in der eigenen Hälfte macht. Hat, glaube ich, ja sehr gut geklappt. Ihr habt es nochmal alle gesehen, dass man das nicht machen sollte. Ja, damit hoffe ich jetzt aber auch zum letzten Mal, dass ich das demonstriert habe. Können wir hier kurz anspielen. Und jetzt auf Klose durch. Ja. Im letzten Moment noch weggespielt von Piszczek. Gennanes setzt danach. Cantreva jetzt auf den Außen frei. Ja, schöne Bewegung von Cantreva und dann das 2 zu 0. Das war doch mal ein schönes Tor. Erst der Ballroll zum Trackback, dann der Roulette hier. Danach die Übersteiger wieder reingezogen. Dann den Ball schön auf dem rechten liegen gehabt. In die lange Ecke gezogen. Zum 2 zu 0. Ich denke einfach ein schönes Tor. Drei Gegenspieler ausgetrickst. Ist nicht mega spektakulär, aber so, dass ich damit zufrieden bin. Und damit eine solide Führung. So kann es mal laufen. Ist auch eine schöne Szene. Muss ich unbedingt daran denken, das ins Review einzubauen von Cantreva. Überlegen, wie ich das am besten notiere. Ui, das sollte eigentlich ein Foot-to-Foot werden. Oh, Cantreva hier nicht mehr abseits. Auch hier wieder der Schuss mit dem Rechten in die lange Ecke. Ich denke, diesmal nur... Ah, das war doof. Ich hätte vielleicht weiter im Vollsprint laufen müssen. Ach, ich wusste nicht, ob er den Torhüter rausholt. Das war ein Versuch wert. Das ist mir auch schon mal so gelungen. So ein Prero-Flick nach der Ecke. Kurz gespielt. Die Stahlpässe sind so ein bisschen überhastet vom Gegner. Ist vielleicht auf Neymar-Stahl. Ja, 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 genau. So kann es laufen. Die probiert er auch häufiger zu spielen. Boah, leider mit dem Scoop-Turn nicht vorbeigekommen an dem Innenverteidiger. Das wäre super wichtig gewesen. Hätte ich nämlich mit Neymar das 3-0 machen können. Aber da hat er richtig stark das Bein rausgestellt, dass er da noch angekommen ist. Komm, Neymar, jetzt... Ja, sah doch eigentlich ganz gut aus. Neumann kann hier noch... Neumann. Neumann im Tor, richtig. Breaking News. Neumann jetzt verpflichtet von Bayern München und ein richtig guter Torhüter. Fast sogar besser als Neuer. Ne, den hält er richtig gut. Hier, wie er den aus der Ecke kratzt. Kommen gegen die Gegner gut in die Solos, muss ich sagen. Boah, da stand er gut. Ha, stand er richtig gut. Das Rausspielen ist jetzt ein bisschen lustlos oder auch gefährlich. Der Klos ist sehr defensiv. Boah, das ist doch toll, wenn man von den eigenen Spielern umgelaufen wird. So muss es sein. So, jetzt nochmal auf Neymar hier vielleicht. Ja, genau. Er hat eben schon mal so gut geklappt. Machen wir einen Hokus-Pokus vielleicht. Oh. Beim Hokus-Pokus immer wieder so ein bisschen Probleme bei der Eingabe. Das ist immer so geil. Man gibt es unsauber ein. Man wartet darauf, dass irgendwas passiert. Es passiert nichts. Und danach verliert man deswegen den Ball. Oh, schön von Marcelo. Oben auf Neymar. Ja. Läuft ja gut zu. Hat er richtig gut zugelaufen. Oder Neymar ist nicht richtig durchgelaufen. Eins von beiden. So, damit ist die erste Halbzeit vorbei. Ein souveränes 2 zu 0. Boah, bis auf den Kopfball von Müller. An die Unterkante der Latte. Das hätte der Ausgleich sein können. Sehr viele Schüsse vom Gegner. Aber da waren, glaube ich, von den... Hat fünf Schüsse gemacht. Der eine, der an die Latte ging, der war neben das Tor. Das war der fünfte, der neben das Tor gegangen ist. Und die anderen vier wurden, glaube ich, alle geblockt. So, kann ich mir vorstellen, war es ungefähr. Schön von Maikon. Schön. Jetzt ist da noch Neymar frei. Neymar. Oh, Piszczek fast mit dem Eigentor. An den Pfosten da. Das, glaube ich, hat er so nicht auf dem Schirm gehabt. Fabrikas mit dem Schlenzer. Aber der wird geblockt. Klose. Oh, schön. Aber der Trackback hier. Und Klose jetzt mit dem Schlenzer vielleicht. In die lange Ecke. Und der wird geblockt von irgendeinem Spieler. Es gibt die nächsten Eckball. Machen wir hier einfach mal wieder kurz. Da kommt kein Drawer. Machen wir wieder so ein Roller-to-Dragback. Oh Gott. Es wurde einfach nur ein Dragback. Da ist Neymar. Der setzt sich nicht durch gegen Sokrates. Kein Wunder. Schön weggezogen. Vom Tackle hat man ihn sehr schön gesehen. Ich hatte eigentlich darauf spekuliert, dass er nach innen ziehen wird. Er hat es nach außen gemacht. Das war gut. Safety first hier. Komm auf Klose. Ei, wo ist der denn aus? Also ich glaube, der Ball war vorher schon zweimal am Aus. Und dann irgendwie beim dritten Mal pfeift das. Naja. Da sind glaube ich eigentlich seltene Fehlerentscheidungen. Der Ball. Wenn überhaupt. Sah aber irgendwie nicht so aus für mich aus. Ah, schön. Aber ihr habt es gerade gesehen. Das könnt ihr euch nochmal anschauen. Schaut euch diese Szene nochmal an. Ich habe ganz bewusst dann auf meinen Ausverteidiger gewechselt mit dem rechten Stick, um diesen Steilpass, den er spielen wollte, abzufangen. Jetzt hier auf Steilaufnehmer. Neymar. Ja, Hummels. Krass. Klose. Ja. Uuh. Leider nicht vorbeigekommen. Jetzt können wir nochmal hier kurz spielen. Gustavo. Schusstäuschung zur Ballernahme. Ah, da wollte ich jetzt ein Foot-to-Foot machen. Ist nicht gekommen. Neymar jetzt hier am Ball. Kann da natürlich sehr viel machen. Oh, ich spiele auch so den Ball weg. Ah, leider den Exit-Move von den Übersteigern nicht sauber angesetzt. Ansonsten hätte ich die Grundlinie durchziehen können. So. Ja, sehr, sehr. Schön. Kurz ablegen. Stere laufen lassen. Genau. Ja. Mal durchlaufen. Einfach durchlaufen. Einfach durchlaufen. Jetzt mache ich hier so ein Ball-Roll-to-Drag-Pack. Aber waren dann ein bisschen viele Gegenspieler. Wenn ich da, glaube ich, jetzt gerade drei auf einmal nass gemacht hätte mit dem Move, dann wäre ich komplett ausgerastet. Müller können wir hier gut behindern. Es gibt dann einen einfachen Ball für den Teuter. So. Kurz ablegen. So. Jetzt in die Spitze spielen. Oh, das wird zu eng, deswegen breche ich ab. Kurz ablegen. Aber zumindest der Steilpass hier wieder komplett gescheitert. Oh, das läuft da gut zu. Das hat da gut zugelaufen. Hätte auch den Ball besitzen haben können. Jetzt steht er natürlich unglaublich offen. Schusstäuschung. Ablegen. Klingt nicht. Jetzt kann Klose mal durchziehen. Ja, 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 genau. Protect the Ball ansetzen. Das klingt nicht. Krass. Ich bin echt immer erschrocken, wie schlecht doch Klose über den Körper kommt. Also sehr, sehr wenig körperliche Stärke, habe ich das Gefühl. Aber er hat 87. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, warum er da so schlecht den Ball abblockt. So, Reus jetzt mit der Flanke. Die kommt gut. Und Müller mit dem Seitfallzieher. Krass. Spektakuläres Tor. Die Situation habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass da Müller zum Abschluss kommt. Flanke nicht gut genug verteidigt. Sie seht, er hat sich sehr, sehr abbaten verteidigt. Und jetzt wird sie nochmal eng. Er ist ja wieder dran mit dem Abschlusstreffer. Oh. Den habe ich jetzt aber, oder? Genau. Sehr wichtig. Super wichtig. Ablegen. Und jetzt vielleicht wieder auf. Verteidigt ist sehr gut abwarten. Lässt, kommt dann einfach mit den Moves, kann ich irgendwie nicht so wirklich viel erzielen. Jetzt mein Con. Oh. Auf den Außen wäre er durch gewesen. Och, Gustavo. Bitte den Ball annehmen. Sehr wichtig von Naldo, den weiterzuspielen. Wenn ich den annehme, habe ich ein Risiko, dass Müller hat nochmal drankommt. Und dann ist er 1 gegen 1 durch. Schön von Marcelo auch hier wieder. Schön von Marcelo auch hier wieder. Och, das sollte ein Foot-to-Foot werden. Ich verstehe ich nicht. Warum es für eine Eingabe nicht klappt. So, jetzt die Zeit läuft natürlich gegen den Gegenspieler. So ein Ballverlust wie eben mit einem recht planlosen Pass in die Spitze. Das würde ich in solchen Situationen vermeiden. Komm auf. Ach, Hernanes lässt sich da einfach wieder komplett überlaufen von Alaba. Aber er geht ins Aus. Das sind jetzt so ganz kleine technische Fehler vom Gegner, die ihm sehr, sehr viel Zeit kosten. Und den Ballbesitz natürlich auch. Schöner Einwurf. Andréva. Oh, ja. Können wir ablegen auf Klose. Klose ist da und macht dann das 3 zu 1 in die Entscheidung. Schön von Andréva durchgesetzt und dann ganz simpel einfach kurz angespielt. Und Klose dann, das ist genau sein Metier. Da muss er stehen und das ist dann natürlich ein einfacher Abschluss für ihn. Sehr, sehr trocken. Staub trocken und flach in die langen Ecke. Kommt der Ansturz-Trick. Wieder nicht. Oh, oh. Sollten aufpassen, dass wir jetzt nicht direkt einen kassieren wieder. Ja. Oh, das ist wieder so ein ganz kleiner technischer Fehler. Hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, den so zu machen. Jetzt hier oben vielleicht auf Kendreva. Ja. Oh, Klose bekommt den wieder. Können wir jetzt auf Kendreva ablegen, aber leider schon vorher der Ball rausgespielt. Na. Klasse. Habt ihr das gerade gesehen? Jo, danke. Ja. Oh. Ja, es fällt sogar noch ein Tor. Wahnsinn. Also was hat er in Fabregas gerade mit dem Ball veranstaltet? Der Foto-Foot danach war von ihm richtig gut. Hat er mich super genatzt. Und ist dann durch gewesen. Hat sich das Tor auch verdient. Aber was hat Fabregas da bitte vorher gemacht? Hat den Ball nicht angenommen. Obwohl er wirklich dreimal die Gelegenheit dafür hatte. Jetzt wird es hier nochmal eng. Haben die 90. Und es ist nur noch ein Tor. Müssen wir jetzt einfach mal vernünftig den Ball behalten. Jawohl. Das ist... Boah. Ich dachte jetzt schon, ich verkack's wieder total. Und es gibt noch einen Unschied. Aber nein. Ich konnte es über die Zeit retten. Und damit das Spiel 3 zu 2 gewinnen. Boah. Also ich glaube, zwischendrin hatte ich ganz gute Kontrolle über das Spiel. Dominant ist was anderes. Aber er kann Drehbier mit zwei Treffern. Schön. Vor allem der erste Treffer war glaube ich super, oder? Der zweite? Ne, der zweite war das. Wo ich da drei Spieler ausgetrickst habe. Das war der erste. Den können wir wegmachen. Den zweiten können wir nochmal schauen. Und beim Gegentreffer würde mich nochmal interessieren, ob Fabregas... Ob man da sieht, was Fabregas da gemacht hat. Oder was er eben nicht gemacht hat. Nämlich den Ball annehmen. Hier nochmal das Tor von Cantreva. Ja, man sieht leider den Dragback zum Ballroll nicht mehr. Ne, Ballroll zum Dragback. Krass. Wie oft ich das jetzt schon falschrum gesagt habe. Und dann hier das Tor von Götze. Ne, man sieht nicht, was Fabregas gemacht hat. Naja. Egal. Hauptsache gewonnen. Und damit hoffe ich doch. Ich gucke nochmal kurz auf den PC. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Die Vorschau sind keine... irgendwie bildverzerrten Szenen zu sehen. Und von daher glaube ich, dass die Aufzeichnung auch in Ordnung ist. Jetzt konnten wir wenigstens dann hier einen Sieg einfahren mit dem Team. Und damit war es das zumindest vom Recordbreaker Klose. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich ihn einfach ersetzen werde. Ob ich das Team umbauen werde. Ob ich es komplett neu bauen werde. Mal schauen. Lasst euch einfach überraschen. Kann sein, dass... Es wird so sein, dass in der nächsten Folge schon eine Veränderung da sein wird. Seid gespannt. Haltet eure Kassen sauber. Euer Tess. Ich muss das gleich reinlegen. Durchlegen. Hazard. Hazard mit dem Schoß. Und Fährmann ist da. Wunderbar. Alles klar.